Hi! Um die Körpersprache eines Menschen zu lesen, ist deine Wahrnehmung besonders wichtig. Wie du den richtigen Blick trainierst, erfährst du in diesem Video. Los geht's! Immer wenn es um das Thema Körpersprache lesen geht, dann wollen die meisten Menschen möglichst viele körpersprachliche Signale kennenlernen und erfahren, welche Bedeutung diese haben. Und jetzt könnte ich dir eine endlos lange Liste an körpersprachlichen Signalen geben und du würdest mich dann fragen, ja wie soll ich all das jetzt erkennen? Wenn man beispielsweise gerade etwas über die Mimik gelernt hat, dann beobachten die meisten ganz genau das Gesicht des Gegenübers und versuchen jetzt jede kleinste Veränderung zu registrieren. Sie fokussieren sich dann teilweise minutenlang auf einen bestimmten Teil und angenommen das Gegenüber bald jetzt die Hand zur Faust, dann kann ich lange im Gesicht nach Emotionen suchen, werde aber diese Anspannung, die mir deutlich mit seinen Händen zeigt, nicht wahrnehmen. Der Schlüssel dazu ist der richtige Blick. Wenn du dein Gegenüber direkt anschaust und gezielt nach körpersprachlichen Signalen suchst, dann nennt man dies auch den fokussierten Blick. Und je intensiver du deinen Blick fokussierst, umso schwieriger wird es, die anderen Dinge um dich herum wahrzunehmen. Das bedeutet, du solltest dein Blickfeld erweitern, denn dann kannst du wesentlich mehr wahrnehmen. Das gelingt dir durch den defokussierten Blick oder andere nennen es auch das periphere Beobachten. Anstatt dich also auf einen einzelnen Punkt zu konzentrieren, stellst du deinen Blick weit und gewinnst damit einen viel größeren Überblick. Du kennst das vermutlich vom Autofahren. Wenn du dich nur auf das Fahrzeug vor dir konzentrierst, also deinen Blick darauf fokussierst, dann wird es dir schwerfallen, andere wie Dinge wie zum Beispiel ein Auto, das plötzlich von der Seite kommt, zu erkennen. Wenn du deinen Blick aber weit stellst, also defokussierst, dann siehst du zwar nicht ganz so scharf, du nimmst aber viel schneller wahr, wenn dort ein Auto von der Seite kommt oder ein Kind plötzlich über die Straße rennt. Das liegt daran, dass die Abtastfrequenz in diesen Randbereichen deines Sehfelds mehr als 20 mal höher ist, als in dem mittleren Bereich, wo du scharf sehen kannst. Was bewirkt das in der Kommunikation? Zwei Vorteile. Wenn du dein Gegenüber nicht anstarrst und deinen Blick etwas defokussierst, dann fühlt sich diese Person weniger von dir beobachtet. Du sorgst also für eine entspanntere Gesprächsatmosphäre. Und die Person kann sich bei dir wohlfühlen. Zweiter Vorteil. Du kannst mehrere Dinge gleichzeitig beobachten. Und damit Körperreaktionen bei deinem Gegenüber viel schneller erkennen. Du hast das Gesicht im Blick, gleichzeitig aber auch die Arme, die Beine. Und du beobachtest vielleicht auch noch anhand des Hebens und Senkens des Brustkorbs die Atemfrequenz deines Gesprächspartners. All das funktioniert nur dann gleichzeitig, wenn du dich nicht fokussierst, sondern deinen Blick weit stellst. Und das kannst du am besten trainieren, indem du es einfach tust. Wenn du das nächste Mal mit jemandem sprichst, dann schau die Person nicht direkt an, sondern richte deinen Blick leicht neben die Person. So als würdest du ganz knapp an der Person vorbeischauen. Du bemerkst dann sofort, dass die Person ein wenig unscharf wird. Du aber plötzlich viel mehr von der Person und deiner Umgebung sehen kannst. Die Schwierigkeit besteht jetzt darin, den Blick nicht immer wieder auf die Person zu fokussieren, sondern diesen weiten Blick beizubehalten. Natürlich kannst du, wenn du jetzt eine Körperreaktion erkennst, deinen Blick kurz darauf fokussieren. Wechsel dann gleich aber wieder in das periphere Sehen, um dein Gegenüber und auch die gesamte Gesprächssituation wirklich intensiv wahrzunehmen. Und du wirst noch etwas bemerken. Sobald du deinen Blick defokussierst, wirst du entspannter werden. Wenn du unter Stress bist, ist deine Wahrnehmung eingeschränkt. Bist du aber entspannt, dann bist du auch wesentlich aufnahmebereiter. Nun weißt du, mit welchem Blick du körpersprachliche Signale leichter erkennen kannst. Nutze also das periphere Sehen und du wirst feststellen, dass du in Gesprächen plötzlich viel mehr wahrnehmen wirst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib dem Ganzen doch einen Daumen nach oben. Ansonsten abonniere diesen Kanal, damit du auch ja kein Video verpasst. Bis zum nächsten Mal.